Einer der Yahud, der Juden, sagte zu Omar in einer anderen Überlieferung, eine Gruppe von den Yahud, sagte, O Fürst der Gläubigen, wäre auf uns diese Ayah herabgesandt worden. Das heißt, wo Allah Azzawajal uns gesagt hat, dass er heute die Religion vervollständigt hat. Das war im Übrigen der Tag von Arafah an einem Jumu'ah. An diesem Tag hat Allah Azzawajal diese Ayah herabgesandt, wie Omar ibn Khattab selber in dieser Überlieferung sagte. Die Juden sagten, wenn Allah auf uns so eine Ayah herabgesandt hätte, auf uns Juden, so hätten wir diesen Tag zu einem Festtag gemacht. Allahu Akbar, wie wenig Stolz in den Herzen der Muslime tatsächlich vorhanden ist. Schaut, was die Juden sagen, wir hätten diesen Tag zum Festtag gemacht, aber subhanallah, wie viele Muslime unwissend sind über ihre Religion. Das heißt, für uns ist hier maßgeblich, Allah Azzawajal hat seine Religion vervollständigt. Und mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, hat diese Botschaft geendet. Das bedeutet, es wird nach ihm, nach dem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, nichts Neues mehr kommen.